Ey, mein Uber-Fahrer hat mich gestern fast umgebracht, holy shit, man. Der hat mich gestern fast umgebracht, what the fuck? Ich find's auch so geil, wie die immer in Begrenzer drehen lassen, wenn die in der Luft sind. Das machen die doch nur für den Flex, oder nicht? Wegen Stabilität. Bruder, was für eine Stabilität in der Luft? Was willst du damit bezwecken, Digga? Das macht gar keinen Sinn. Damit steuerst du also mit Gas? Seid ihr dumm? Ihr wollt mir gerade erzählen, dass man in der Luft mit Gas steuert. Ja, safe? Hä? Das ist unlogisch. Gas und Bremse? Ja, wahrscheinlich kannst du dann auch in der Luft bremsen, oder was, mit dem Motorrad? Ja. Soll ich jetzt Curly anrufen, Chat? Drehmoment? Junge, habt ihr keine Physik gehabt in der Schule? Ich ruf sie jetzt an. Einfach nur, um es euch reinzudrücken. Ganz kurze Frage, Curly. Ich bin hier gerade in der Diskussion. Ich möchte beim Chat einfach sagen, dass sie dumm sind, okay? Also ich möchte ihnen was beweisen, dann musst du mir jetzt weiterhelfen. Und zwar, wenn du jetzt mit einer Cross springst, okay, und du bist in der Luft, dann kennst du es ja bestimmt von den Leuten, die geben mir in der Luft Gas. Warum machen die das? Dass das Vorderrad hochgeht. Du musst ja denken, dass das Hinterrad dreht und es ist an der Achse fest und es gibt so ein bisschen den Kick nach vorne wieder. Dass das Vorderrad hochkommt. Genau so gehst du auf die Bremse, dass es runter geht. Ja. Ja. Genau das ist es, was ich in den Chat auch gesagt habe. Ich habe es euch doch gesagt, Chat, ihr Idioten. Jetzt gehen wir fahren. Jetzt gehen wir fahren, kann ich. Nein, doch. Digga, was ist hier eigentlich? Was? Was habe ich denn eigentlich verpasst? Was ist denn das hier? Es geht mir nicht darum, dass er dünn ist. Es geht mir hier drum. Welches Bundesland hat da nur so Kurzferien? Saarland, imagine. Das ist kurz die einwöchige Ich-Mene-Schwester-Woche und dann geht es wieder zur Schule oder wie? Junge, Kevin, entspann dich, Mann. Hä? Was ist das? Was ist das? Ist das ein Schuh? Ach ja. Das ist wieder der Moment, wo ich mir das Lego-Star-Wars-Schwert vorne reinschieben will. Ich kenne ihn. Aufgepasst. Gleich kommt Antonias großer Auftritt. Die machen privat mit dir auf Ruhe. Ey, wieso bist du denn da? Wie soll ich machen, dass man hier nicht im Stehen? What the fuck? Bitte? I wanna cut you. Bitte? Wie kann man einfach kein Kind mehr haben? Wie kann man so fett sein, dass man kein Kind mehr hat? What the fuck? Ich bin da dran, oder? Hier müssen wir rein. Yeah, Diabetes-Fälle! Ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht sehen! I'm losing my mind. Schön! Oh mein Gott! Schön drüber! Schön drüber! Oh mein Gott! Der Arm bleibt unten, Digga! Vorsicht! Kann dem Jungen einfach mal jemand sagen, dass er rausgehen soll? So ein chilliges Game, das würde ich echt gerne machen. mit Karsten spielen, Mann. Lahoo! Ja, du dumm Essen! 6 zu 5! Ich war nicht bereit, Mann. Geh doch raus, Digga! Geh doch in eine eigene Lobby! Was ist nur mit dir, Digga? Was ist das? Was ist das für ein Game, was der da zockt? Holy shit! Ist das alles gelaufen? Nicht! Hilfe! Hilfe! Dann schließ sanft deine Augen und nimm dir die Zeit, um bewusst anzukommen. Was machst du? Hamburger. Ich geb's auf, Alter. Er tritt einfach in den Boden. Das war über die schwache Folge. Das war über die schwache Folge. Die war richtig schlecht. Daumen runter für das Nullding, Alter. Die scheiße, Mann. Kein einziges Mal gelacht. What the fuck, Mann. Da hab ich nicht gelacht. Die war wirklich schwach, Alter. Das war wirklich scheiße, Mann. Ehrlich. Warum? Das war wirklich nichts, Alter.